Moin Leute, wie ihr gerade gesehen habt, ist der erste Teaser-Trailer draußen für die nächste League in Part Wechsel 3.23 namens Affliction. Kleiner Fun-Fact an der Stelle, Affliction sollte eigentlich der Name für die Delirium-League damals werden. Warum auch immer sie das dann nicht genommen haben, aber jetzt kriegen wir Affliction zurück und ich mag jetzt schon diesen Teaser-Trailer, weil das so eine coole Horror-Atmosphäre hat. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann im Gameplay irgendwie ausschlägt. Wahrscheinlich nicht allzu viel, aber ich finde es immer so lustig bei diesen Teaser-Trailern, dass das in irgendwie 20 Sekunden nichts sagendes, nix einfach und ich bin trotzdem schon gehypt, weil ich auch einfach richtig Bock auf eine neue League jetzt habe. Wir wissen natürlich sonst noch gar nichts über die neue League, also keine Informationen bisher, aber wir haben ein paar Datumsangaben, die wir hier sehen. Ganz wichtig natürlich, rechts auf der Seite am 8. Dezember ist der League-Start, da geht die League also richtig los und diesmal ist es hier sogar 11 Uhr morgens in PST-Time, worüber das ist. Das ist bei uns aber scheinbar 20 Uhr. Das ist eine Stunde früher als sonst. Normalerweise war im Winter immer League-Start 21 Uhr und im Sommer 22 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Und diesmal aber schon 20 Uhr, was sehr, sehr geil für mich ist, da habe ich nämlich länger zum Zocken am Freitagabend. Und wann wir mehr Informationen kriegen zur nächsten League, das steht hier und zwar am 30. November um 21.30 Uhr abends. Der 30. November ist wie immer ein Donnerstag und auch wie immer werde ich natürlich diesen Ankündigungs-Stream restreamen. Das heißt, ihr könnt bei mir mit mir zusammen zuschauen. Es wird bestimmt auch wieder Drops geben, das gibt es ja eigentlich immer bei diesen Ankündigungs-Streams und dort werden wir eben wissen, was hinter Affliction steckt und vor allem, was da vielleicht sonst noch so kommt. Es soll ja wieder eine etwas größere League werden und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht noch alte Mechaniken, wie zum Beispiel Ultimatum zurückkommen oder was sonst noch so neu gemacht, geändert, wieder eingeführt wird. Ich bin ja sehr gespannt, was sie sich da einfallen lassen haben. Ich glaube, die werden uns wieder mit irgendwas überraschen, weil es ist eigentlich immer bei jedem Ankündigungs-Stream sitze ich da und ich mir so, boah, geil, irgendwas ist da immer dabei, deswegen freue ich mich schon richtig doll drauf. Am 30. November, am Donnerstag, 21.30 Uhr gibt es Infos und am 8. Dezember, das ist ein Freitag um 20 Uhr, ist dann League-Start. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da bei mir auf Twitch dabei seid. Ansonsten sagt mir mal gerne, was ihr euch wünscht für die nächste League, welche Änderungen ihr wollt, welche Mechaniken vielleicht zurückkommen sollen. Habt ihr auch Bock auf Ultimatum, so wie ich? Oder was ist es bei euch? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.